Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sims 4. Ich hoffe mal, dass man die Maus jetzt nicht hört, weil ich habe jetzt hier wieder ein bisschen rumgestellt. Also immer noch, es ist genauso jetzt wie die Minecraft-Aufnahme und da hat man das überhaupt nicht gehört, was ich gesagt habe. Aber das könnte auch daran liegen, weil halt Musik nebendran war und dann hat es es halt überdeckt. Und jetzt ist ja überhaupt gar keine Musik. Darum ist das halt ein bisschen doof. Ich nehme auch gerade mit 40 FPS auf, weil ich wollte mal gucken, wie das da ist. Also wenn ich so mit 40 FPS aufnehme. Aber das doof ist, dass jetzt Musik kommt. Warum kann er nicht während der normalen Musik kommt? Darum würde ich sagen, bauen wir uns einfach einen normalen... Wo können wir denn hier Musik hier irgendwie... Da. Kaufen wir uns zwar eine billige Box. Die kommt jetzt da hin, damit wir wenigstens ein bisschen Musik hier haben. Und die können wir dann gleich einschalten und machen wir dann auf... Was machen wir denn? Winterzauber? Alternativ? Keine Ahnung. So, jetzt ist da wenigstens ein bisschen Musik. Aber nur, wenn wir da sind halt, ne? Okay, ähm... Auf jeden Fall müssen wir aufs Klo, wie ich hier gerade sehe. Was läuft denn eigentlich? Bö. Keine Ahnung. Das sieht aus wie Risen. Das sah echt gerade voll aus wie Risen. Ein bisschen wie Patty, die eine Patty da und... Das sah irgendwie lustig aus. Also wie gesagt, ich versuche mal mit 40 FPS aufzunehmen. Ähm... Wie das ist? 40 FPS vielleicht aufnehmen und dann 30 rendern. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie das ist. Oder vielleicht auch um 40 rendern. Ich weiß gar nicht, ob das bei YouTube dann auch 40 anzeigt. Also 60 zeigst du ja an. Und ich habe auch vorhin gesehen, dass es 50 anzeigt. Das 50 FPS ist also... Äh... Full HD und 70 FPS... Äh... 60 FPS. Also 1080p und dann 60 noch dahinter. Wetten der... Okay, er provoziert. Wieder in produzierter... Ne, provoziert wieder. In den Foren. Wann müssen wir denn zum Arbeiten? Zwölf Stunden. Ich überlege gerade, wo... Was ist das denn? Darf in die... Gemeinschaft? Ja. Okay. So. Ähm... In zwölf Stunden müssen wir zur Arbeit. Wie sieht es denn hier mit... Guck mal aus. Wurden wir eigentlich schon befördert? Ähm... Oder war das auch weg? Ich glaube, dass wir wurden befördert. Weil... Uns ist ja einmal der Spielstand weggegangen. Genau. Ich habe jetzt auch Ferien gerade, ähm... Und ich nehme jetzt auch... Richtig viel auf. Weil ich ein bisschen vorproduziere. Für zwei Wochen war ich dann... Nach den... Äh, ich habe zwei Wochen Ferien. Dann bin ich zwei Wochen... Nicht mehr da. Also, nicht da. Und da, ähm... Produziere ich halt vor. Darauf weiß ich auch, warum ich gerade produzieren gesagt habe. Und nicht provozieren. Genau. Ich hoffe, dass kann ich GEMA drauf oder so. Denke ich aber nicht. So. Energie müssen wir auf jeden Fall. Das Gute ist, der klickt auch mit der Maus. Und dann hört man wahrscheinlich meine Maus geklickt. Geht gar nicht. Naja. So. Zum Bett. Ja. Geh mal zum Bett. Zu Bett. Oder vielleicht gibt es da... Kann man irgendwie sowas machen. Mods oder so, dass es da Musik mal gescheit währenddessen läuft. Ich weiß es nicht. Oder hier irgendwie... Ähm... Optionen. Musik. Da ist ja da Musik. Aber ich möchte, dass es... Guck mal da. Ist doch alles angehakt. Ich möchte, dass es während dem Spiel läuft. Hier. Hier ist ja auch alles voll. Songqualität hoch. Musik machen wir mal 100. So. Grafik ist auch sehr hoch. Ist alles eigentlich sehr hoch eingestellt. Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist denn Laptop-Modus? Ein wirklich schneller Rendering und reduziert die Grad... Ne, das machen wir nicht. Ähm... Bild-Wiederholrate... Äh... Okay. 50 FPS. Ne, aber ich meine, das passt ja alles so. Das Blöde finde ich halt hier bloß, ähm... Die Sims-Kamera. Sims-3-Kamera. Habe ich da irgendwie eingestellt, weil ich da halt SimCity gespielt habe. Und dann... War ich halt darauf, ähm... Fixiert. Und bin dann gar nicht zurechtgekommen. Habe ich das mal so eingestellt. Aber das finde ich denn doof hier ein bisschen. Ich würde halt echt gerne, dass die Musik... Währenddessen läuft. Macht's aber nicht. Die geht aus. So, jetzt schnarcht du hier mal. Fertig, bitte. Wann habe ich denn aufgenommen? Aufgenommen, angefangen. So vor 15 Minuten irgendwie. 15 Minuten irgendwie sowas. Okay, mal gucken, wie... Wie lang ich heute aufnehme. Ey, der... Fernseher ist kaputt. Super. Haben wir schon erreicht. Level 2 der Programmierfähigkeit. In 2 Stunden. Dann gehen wir erstmal baden. Das können wir auch machen. Dann bringe ich das mal dahin. Oder habe ich es gar nicht dahin gebracht, gell? Das stinkt irgendwie. Ne, weiß ich nicht. So, und dann können wir jetzt was kochen. Wenn wir dafür noch Zeit haben. Ich mache einfach mal wieder... Akku... Ne, machen wir... Wieder ein Standard-Grillkäse. Gib mal ein bisschen Gas, bitte. Ich hoffe, wir schaffen das echt noch zur Arbeit. Ja, wir haben noch 2 Stunden. Dann könnten wir eigentlich nochmal probieren, das Ding zu reparieren. Ersetzen und reparieren. Wir versuchen es mal zu reparieren. So. Okay, er muss in einer Stunde etwa bei der Arbeit sein. Ich denke mal, das kriegen wir... Kriegen wir das hin? Ich weiß... Hygiene? Hast du nicht gerade gebadet? Oder war das nicht so toll? Ah. Ja, okay. Da muss jetzt leider stinkig zur Arbeit. Wenn du halt so in die Badewanne gehst, kann ich auch nichts machen. Okay, ich schaffte ihn niemals. So, die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Und wir müssen auch jetzt zur Arbeit. So. Eins andererseits ist er auch bald fertig, ne? Das können wir vielleicht später machen. Auf Rücken seiner neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Peter jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und Kaputtobjekte reparieren. Mit höheren Fertigkeiten-Level werden weitere Update-Gelegenheiten verfügbar. So, Peter ist zur Arbeit. Genau. So, die... Kann er nicht einfach bei der Arbeit aufs Klo gehen? Ja, war er gerade. Die Hygiene geht bloß richtig schlecht. Ähm, auch Sims müssen sich hin und wieder frisch machen. Eine kurze Dusche oder ein Bad beugt den Gestank vor. Was für ein Arbeitstag. Peter ist wieder zu Hause und hat 342 verdient. Jetzt gehe aber erstmal schnell duschen. Und zwar machen wir nochmal frisch eine Dusche. Genau. Wir könnten ja eigentlich mal am Wochenende irgendwo hingehen. Ah, es ist Wochenende. Stark. So, dann speichere ich mal ganz kurz, weil... Ich habe keine Lust, dass es nochmal abschmiert und dass wir dann nochmal alles von vorne spielen müssen. Das speichert ja auch immer ziemlich lang. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich gerade aufnehmen oder irgendwas. Könnte alles daran liegen. Bücher analysieren oder höheres Level der Videospielfertigkeit erreichen. So, ehrgeizig, Bücherwohnen, Geek und schneller Lerner. Schneller Lerner? Schnell Lerner? Schneller Lerner. Hm, keine Ahnung. So. Es geht aber nur ganz langsam vorbei. Machen wir ein bisschen... Was war das? Dehnen. Energie geladen, aber die Hygiene ist immer noch nicht ganz voll. Auf Kind seiner neuen Fitnessverhältnisse ist es Peter nun möglich, verschiedene Trainingsarten an Trainingsgeräten. Geht nochmal duschen. Anstatt das einmal richtig duscht, Trainingsgeräten... Ich brauche ein bisschen schneller. Trainingsgeräten zu nutzen. Mit steigender Fähigkeit und Levelwert fortgeschrittene Fitnessübungen freigeschaltet.